hey ho leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play crosser ja heute mache ich einen kleinen marathon würde ich jetzt mal sagen ich mache mal die zeit hier bei meinem handy ich hoffe dass raus steht es nicht so oder so wenn ja dann naja ja und start gut einmal drehen hier so 200% wochenende ist heute wieder das ist super für die leute die eine xp haben wollen aber was spielen wir ist die frage es gibt eine gute neuigkeit und zwar sieht man das noch nicht habe ich die schlagringe gewonnen nach zwölf mal drehen ja geil ja und was ich noch nicht gemacht habe ist skype auf beschäftigt ist schlecht wenn dann einer nein wenn dann einer kommt und sagt ey hier lass mal teilen oder so komm hier beschäftigt machen danke okay bald level habe ich habe jetzt nicht viel gezockt weil arbeit und schule ist nicht gut wenn man nach hause kommt und denkt so jetzt bist du total platt und das lohnt sich jetzt nicht aufzunehmen weil du total fertig bist ja und deswegen nehme ich am wochenende auf und versuche dann genug videos für die ganze woche zu machen ich versuche mal okay mal schauen egal egal was ist was ist denn hier los was ist dein problem der typ wartet wieder es gibt ja kurz ich warte bevor der hier irgendwie bevor wir drei stunden warten da gibt es diese neue diegel die auch zehn schuss hat es gab noch keine andere diegel außer die gold die zehn schuss hat deswegen bin ich voll verwundert naja sonst gibt es nichts neues nö hier und hier auch nicht nö äh ja ich habe jetzt hier so einen lustigen truter im kopf fand ich ganz geil ey ich habe noch 4000 zp was machen wir davon was gibt es denn so zp shops wenn wir uns eine panniewaffe holen oder sowas wenn wir uns eine panniewaffe holen oder sowas äh es gibt eigentlich ich bin das gar nicht so eine große auswahl weil ich habe die hälfte ey den kopf holen wir uns der ist chillig nein nein danke ich glaube schon wundervoll ich muss mal die leute rausschmeißen die gar nicht mehr online sind und so äh ein guter es gibt schon lustige Sachen oder vielleicht noch mehr oder XP Plus ich weiß nicht XP Plus kriege ich ja schon wieder also äh ja Mutant nee danke extra mission nee das dauert mir viel zu lange WRP Waffen ja kann ich mir dafür nicht leisten ach ich glaube das mache ich ein andermal oder mit den nein ist okay Leute ich kaufe mir jetzt das hier für sieben Tage so wobei mache ich das ist das schon eingeschaltet oder nicht ja ist schon drinnen ok ja danke jetzt kriege ich wieder irgendein Feuer also go 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 mal schauen wie die runde abläuft ob das so gut wie das letzte mal wird oder ob das halt wieder so im disaster endet also es gibt kaum noch Hacker glaube ich hoffe ich jetzt weiß ich ganz genau dass wieder irgendwelche um die Ecke kommen und mich abballern weil ich es gesagt habe jetzt ist das Mikrofon richtig jetzt machen wir ein bisschen weiter weg so ich hoffe jetzt ist es okay so Nummer 1 Tower keiner kommt da noch einer hoch ich pass mal hier auf ok der ist tot was was habt ihr das gesehen der Typ lag auf dem Boden wie soll ich den denn treffen wie soll ich den denn treffen ja guckt euch das an was ist dein Problem Junge was hä hä was ist das denn der liegt auf dem Boden was ein was soll ich denn dagegen machen erklärt mir das mal ich weiß ja gar nicht wo ich ihn schießen soll oh loudly wohin soll ich denn da schießen oh Mist meine Gott ey Ja, ich bin, hat jetzt Leute sagen, ja hier, die sind voll scheiße, aber ich habe gerade mal so ein paar Knife-Matches gespielt und mir gefallen die richtig. Aber ich mag auch schon die Boxhandschuhe und deswegen habe ich ja dafür gedreht. Ich hätte ja auch für das Krugri Gold drehen können, aber weil ich halt diese Schlagrinne total gern habe, finde ich das halt nice. Okay, den hätte ich auch knifen können. Na ja, komm, sagt man dann immer blau und dann dreht er einen sich um und dann bist du tot. Und dann ist das Geweine groß. Und gut, also, weil es kam ja nichts Besonderes, weil ich einfach keine Zeit hatte. So, man muss ja auch irgendwie Geld reinkriegen, ne, so ist das halt. Oh Mist, wäre ein schöner Multi-Kill geworden. H.S. More. So H.S. war das gar nicht, Kumpel. Nein, du Arschloch, du Arschloch, du Arschloch, mit der M16 klaut er mir den Scheiß. Oh! Ach! Oh! Du kannst eh nichts! Das ist jetzt ein Freund. Ach! Ach! Du Arschloch, ey! Schade! Mein Gott ey, was nehmen wir denn jetzt hier mal? Nehmen wir mal die hier. Komm, lass mich durch. Warum spiel ich denn das immer UK-Ant? Keine Ahnung. Jetzt sagt nicht, UK-Ant sind voll die Low-Bobs immer. Ja, ich hab genug Screenshots, die das Gegenteil beweisen. So, irgendwie verrecken die da alle. Ich halt mich aber zurück. Ein bisschen. Ja, ist gut. Wir wissen's. Einmal hat das auch... Ich geh jetzt einfach mal hier durch den Ignorier. Einfach gekonnt. Da war einer in der Dönerbude. Muss jetzt nachladen. Jojo Joghurt. Der ist da nicht mehr. Ist da religiöserweise. Ich geh einfach mal von Palang rüber. Dann schau ich mal nach. So. So ist das okay. Okay. Oh, 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 oh. Okay, okay, okay. Also man kann die Gegner immer gut verarschen. So. So. Ja, okay, von mir aus. Mach dein Kind lecker. Ich trink mal hier kurz ein Monster. Ne, in Pausen kann man das ja machen. So, noch gewinnen wir. USB, USB, Alarm USB. Die hab ich auch gedreht. Aber leider nicht gewonnen. Auch nicht gesehen leider. Aber... Ihr kennt ja mein Glück bei... äh... bei... bei... GPL Markt. Da gewinnen ich bestimmt die auch bald. Jo, mal schauen. Die Leute hier alle ihre Türen knallen, ey. Und mein Stuhl quietscht. Das geht mir auf den Sack. Ja. 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 Ja, wir straachen. Ausah parachuter in dieeder esperando. what am I... die